Weil man in dieser Woche jedoch sehr wenig Gemüse hat, ist heute der Gemüsetag, ja? Habt ihr Mittwoch kühle Paprika gegessen? Mit einer Paradeissock? Habt ihr das gehört? Ich weiß nicht, wie es ist. Ich hätte eh angefangen zu singen, aber ist der Text in dem Moment entfallen. Aber es macht ja nichts, ist egal. Reilig hat mir meine Mutter gesagt, pur, wenn dich der Hunger plagt, tu nix naschen, is was Gescheites, schau. Gemüse hat sein Reiz. Vitamine sind gesund. Und du wirst nicht kugelrund. Ich war früh reif in mein Leben. Und ob ihr es einfach ging. Ich brauch keine Brokkoli. Weil ich steh' nicht sehr auf dich. Bleibst daheim, denk ich so. Ich will ja kühl' mich verloren. Schmackig fettig, musprig und hoffentlich nicht zu gesund. Dann hab ich ja keine Aversion. Ich will ja auch keine Aversion. Ich will ja nicht so. Ich will ja nicht so. Ich brauch keine Brokkotli, ich steh nicht sehr oft, ich bleibst daheim in die Exoten, ich will ein krümmer Brotten. Schmackig, fettig, knusprig und hoffentlich nicht zu gesund, dann hab ich auch eine Aversion. Gegen eine zweite Portion, gegen eine zweite Portion, gegen eine dritte Portion. Aber da sind noch keine Brokkoli, weil Brokkoli da wird mein Schädel hin und in ihren Spielen sind klein. Und auch der Kühlkopf wird trocken, 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 wegen der Brokkoli. Begrünen wie einer Brokkoli, drum lieber an Schweinsbrot, wegen dem Morgen an Kühlbrot. Kühl ist gesund. Kühl ist ja gewisse, oder? Kühl ist gesund. Mehrere Pini. Kühl ist ein Geburt. Kühl ist je keinen Torpferdini. Kühl ist gesund. Kühl ist gesund. Kühl ist gesund. Vielen Dank.